herzlich willkommen gute freunde investor und newcomer was geht denn ab leute ich hoffe ihr habt einen angenehmen start in dieses wochenende gehabt und habe diesen samstag genossen gucken wir uns mal an was der markt acht bis auf einzelne coins die hier schön nach oben gegangen sind wie wir sehen können ist der markt recht verhalten bitcoin ist komplett flat es hat eine komplette seitliche bewegung auf dem vier stunden chart ist das sehr sehr stark zu erkennen das gucken wir uns gleich an sieht sehr stark danach aus wenn sich so ein muster bildet dass wir eine weitere korrektur nach unten sehen bevor das nach oben geht gucken wir uns das mal an ist die c korrektur jetzt schon vorbei oder geht es noch ein kleines bisschen weiter runter wir wurden gestern beim live stream gefragt was ein weiteres black swan szenario werden könnte oder wie man sowas erkennen kann falls so was kommen sollte heute habe ich mal so ein szenario vorbereitet das gucke ich mir öfter mal privat an und lesen mir informationen nachrichten in diese richtung durch wir schauen uns mal heute an was in japan gerade los ist und welche signale ist und senden kann dass eventuell ein weiterer black event entstehen kann aber nicht muss denn das ganze säbel rasseln geht ja schon etwas länger so okay wir haben einige super interessante charts die wir uns angucken werden vergleiche der letzten bären märkte und wann die ausbruchmomente gekommen sind super super interessant darum reden wir nicht lange um den heißen brei leute und tauchen wir ein vorab bei unserem partner bild war wo gibt es fünf neue cohen listings unter anderem elivium geht rein über unseren link bei bit war wo ihr bekommt zehn euro geschenkt und die ersten tausend getretenen euros sind gebühren frei leute ihr handelt bei der sichersten exchange unseres erstens nach weltweit mark mobius ein milliardärsinvestor warnt hier und sagt ich kann mein geld nicht aus china rausziehen wenn ich richtig gelesen habe dann hat er in einer hsbc filiale in shanghai seine gelder gelagert und es ist so gut wie unmöglich sagt er seine gelder hier raus zu ziehen die zero kovid policy die die chinesische regierung hier gelaufen hat soll sich wohl geändert haben die tore sollen jetzt geöffnet werden charlie monger hat auch gesagt gehabt dass er stark in richtung chinesischen markt investiert aber der gute mark sagt hier etwas anderes er sagt zwar nicht dass es verboten wurde von der chinesischen regierung aus aber er sagt es werden solche restriktionen gesetzt wie dass man bis zu 30 jahre oder 20 jahre in die vergangenheit hinaus nachweisen soll wo man diese gelder her hat und das sagt er ist so gut wie unmöglich und er warnt hier sehr sehr stark davor und er sagt doch wir müssen aufpassen denn er ist der meinung dass die wirtschaft eventuell noch einmal boom könnte denn er sagt viele reden darüber dass wir in den dritten weltkrieg kommen können er sagt wir befinden uns schon längst im dritten weltkrieg er sagt die usa führt hier schon längst den krieg in der ukraine und fängt das ganze jetzt auch schon an der chinesischen grenze an und warnt hier davor dass man die märkte jetzt erst mal noch nicht aufgeben soll er meint die wirtschaft wird noch etwas wachsen weil die rüstungsindustrie so stark wächst wie vor vielen vielen jahren nicht mehr auf der anderen seite hat japan hier sich dazu geäußert dass sie 400 us tomahawk marschflugkörper kaufen werden im wert von 147 milliarden die einzigen zwei länder die diese tomahawk marschflugkörper haben sind die usa und großbritannien sie haben eine reichweite von 1600 kilometern was ausreichen würde um das chinesische festland zu erreichen und auch nordkorea die jetzt verstärkt auch raketen tests machen wo auch japanisches hoheitsgebiet also gewässer getroffen worden sind und dort sehen sie jetzt halt gefahr sie werden auch ihr verteidigungsetat erhöhen auf rekordhöhen auf einen 50,7 milliarden weiterhin haben sie angekündigt dass sie für 37 milliarden 16 lockheed martin corp f 35 kaufen möchten das sind stealth fighter die können halt vertikal starten für ihre flugzeugträger auf der anderen seite wird ja auch gesagt dass das säbelrasseln zwischen china und taiwan aus den ruder geraten kann und dass sich china ein beispiel an russland nehmen kann und sagen kann ja hey das was sie in der krim gemacht haben machen wir jetzt auch mit taiwan auf der anderen seite hat japan auch seit mehreren jahren konflikte mit russland und zwar um die kuril inseln dort leben ungefähr 20.000 menschen also sind bevölkert mit 20.000 menschen welches russland mit militärischer macht verteidigt und japan sieht sozial bedrohung aus vielen richtungen und hat jetzt auch angekündigt dass sie eventuell auch verteidigungs in anführungsstichen manöver mit den usa wieder durchführen werden und die die bündnis mit den usa hier aus militärischer sicht natürlich stärken möchten das hier kann natürlich zu einem extrem starken black swan event führen sollte wirklich ein krieg in diese richtung wieder ausarten zwischen china und taiwan wir wissen ganz genau wie der rohstoff handel ist sei es lithium sei es nickel sei es stahl und viele viele andere rohstoffe die wir brauchen für verschiedenste arten von produktion würden erstmal komplett ausfallen das würde ein riesen black swan event verursachen aber wie gesagt das ist nur eine möglichkeit das heißt nicht dass es jetzt passieren muss seit jahren geht diese säbel rasseln voran kann auch sein dass es im nichts verpufft chainlink hatte einen der größten onchain transaktionen seit drei monaten nicht mehr und zwar drei der top fünf größten transaktionen diesen jahres wie wir sehen können und wie wir sehen können hat chainlink den größten transaktionen volumen spike seit dezember gehabt mit dem zweiten dritten und fünft größten transaktionen sehr sehr interessant crypto rob hat hier einen simplen und interessanten chart präsentiert und schaut euch das mal dass der dxy der us dollar index um wir sehen immer wieder der ausbruch ist immer wieder passiert wenn wir die trendlinie nach unten gebrochen haben hier genauso wir haben die trendlinie nach unten gebrochen und wir sind zu einem burrern ausgeartet hier bei bitcoin das gleiche auch hier wir haben die trendlinie von unten aus gebrochen in den seitlichen vielleicht reingang während bitcoin hier seinen burrern startet und das gleiche passiert hier auch gerade wir haben ihn gebrochen haben ein backtest der linie es wird wahrscheinlich weiter runter gehen und der bitcoin kurs wird weiter steigen diese negative korrelation wird sich höchstwahrscheinlich wieder genau so ergeben crypto con präsentiert hier auch einen ziemlich interessanten chart das ist der vergleich der downtrends mit ihren breakouts von 2015er und den 2023er tiefpunkten das war der 2013er burr on top hier sehen wir den bären markt downtrend von 2014 hier bei 2015 angekommen haben wir diesen downtrend gebrochen haben einen backtest gefunden und hier war halt der setup gesetzt für den anfang eines bullen runs und schaut euch mal was wir jetzt gemacht haben wir sind hier von 2021 herunter gesagt runter im bären markt 2022 und haben hier jetzt die trendlinie nach oben gebrochen sehen hier auch den backtest ähnlich wie wir es auch dort gemacht haben und ist das jetzt das häkchen was wir hier gesehen haben dass das jetzt der anfang eines bullruns ist schauen wir mal den crypto trader präsentiert diesen chart und zeigt uns hier den reverse bart simpson pattern das ist wie der kopf von bart simpson mit den zackenköpfchen hier und normalerweise sollte das dann wieder hochgehen nach dieser theorie hier oder geht es weiter runter das ist halt die frage die sich jetzt gerade überall auf twitter und im crypto space gestellt wird which one is it also welcher wird es sein dieser hier oder er der rote normalerweise normalerweise ist es so wenn wir einen reverse sehen so wie hier wie wir es beim grünen candle hier sehen passiert das eigentlich ziemlich zeitnah wir gehen runter und das ganze schießt sofort wieder hoch dicke dicke orders werden ausgelöst und das ganze dreht sich wieder wenn wir so einen seitlichen flag sehen ist es meistens so dass eine weitere korrektur hier noch kommen kann aber das werden wir dann sehen was an dieser stelle halt sehr sehr interessant ist dass wir hier bei dieser regression curve genau die untere trendlinie immer wieder gehalten haben wir sind hier zwar leicht runter gewickt aber sie hatte bis jetzt gehalten heißt das jetzt dass sie für immer halten wird dass wir jetzt wieder nach oben schießen eventuell die obere linie wieder antesten und von hier aus dann runter sacken muss es nicht unbedingt heißen der markt macht oftmals komplett was anderes als das was wir uns vorstellen oder als das was wir gerne haben möchten denn oftmals oftmals passiert das wenn wir so ein pattern haben das ist der fünf stunden chart dass es nach unten geht und wir hier so eine seitliche bewegung haben mit sehr sehr vielen dojis wie wir sehen können dass wir dann hier nochmal eine leichtere korrektur nach unten sehen bevor das ganze reversal und wieder nach oben geht das ist das was ich eher erwarte aber an dieser stelle ist es halt wirklich sehr sehr schwer zu sagen was passieren wird ich habe hier ungefähr ein trade begonnen gehabt habe bitcoin gelongt habe den hier oben irgendwo geschlossen ich dachte gut diese volatilität nehme ich einfach mal mit paar prozentchen habe ich hier mitgenommen es war jetzt nichts wildes kein riesen trade was ich hier ausgelöst habe dabei sei stark danach aus als wir den bereich angetestet haben dass wir erstmal einen kleinen reversal sehen werden ich dachte gut habe es noch ein kleines bisschen abgewartet der kennst du ging dann stark nach oben habe ich hier irgendwo in diesen bereichen habe ich dann meinen meinen long trade begonnen habe denn hier oben irgendwo in diesen bereichen geschlossen wo ich dachte okay das das sieht mir das sieht mir schon zu gefährlich aus es geht zu lange seitlich dieser flag im vier stunden chart und ich dachte mir gute sichere dich erstmal ab weil es kann in beide richtungen gehen es kann noch mal stark nach unten droppen und ich dachte mir sichere hier einfach mal paar gewinne die habe ich da mitgenommen jetzt werde ich natürlich erstmal abwarten und sehen weil es kann in beide richtungen gehen auch wenn ich erwarte dass das passiert kann bitcoin auch exakt das gegenteil machen und erstmal wieder hier hochgehen und diese bereiche hier antesten sehr sehr schwer zu sagen also ich halte meine füße still was das trading jetzt erstmal angeht ich will erstmal von hier aus nochmal stärkere signale sehen bevor ich hier im trade eröffne aber ja es sieht erstmal so aus als ob das wochenende noch abzuwarten ist vielleicht passiert von heute Nacht auf morgen noch irgendwas denn der gesamte markt und die börse hat letztendlich was komplett anderes gemacht als bitcoin das ist der smp 500 normalerweise haben sie eine positive korrelation also bitcoin und smp 500 beziehungsweise auch der dow jones der dow jones ist hier auch stark nach oben gegangen als auch der dax der hier stark nach oben gegangen was wir sehen können wir halten uns hier wieder über der 78,6 fibonacci retracement auch in japan haben wir einen starken anstieg gesehen in china ist das sogar auch leicht nach oben gegangen wieder und das ist einfach unüblich dann zu sehen dass der kryptomarkt hier runter geht klar kann man jetzt mit dieser ganzen silvergate geschichte ankommen und sagen ach das war der grund aber letztendlich war das hier ein dump der meines sachs nach von wahlen und panic sellern hier ausgelöst worden ist und wenn man sich das halt aus der perspektive betrachtet besteht die möglichkeit dass das weiter hoch geht dass die positive korrelation einfach wieder eingreift und wir hier wieder nach oben schießen also wie ihr sehen könnt ist es zum verzweifeln man könnte hier stundenlang darüber philosophieren oder man hält einfach die füße still und wartet und guckt was die charts uns dann geben und dementsprechend kann man dann wieder handeln in diesem sinne wünsche ich allen noch einen wunderschönen tag leute und crypto heroes out so 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 so